Meinst du den Leuten jetzt die ganze Zeit als Play Persona vor? Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen gefunden, das war ein Akt, weil irgendwie erst in der Schule musste ich da jemanden suchen. So einen ultrakrassen Fan von Reset, der halt ein bisschen mehr etwas über ihre Bedürfnisse wusste, bevor ich jetzt ihren Paparazzi finden konnte. Wie geht's dir? Oder bist du hergekommen, ein bisschen über Riese zu informieren? Du suchst nach Informationen über Riese, richtig? Wie wär's denn damit? Warum tauschen wir gerade ein paar Informationen aus? Du erzählst mir, was du weißt, und ich erzähle dir, was ich weiß. Die Leute da aus diesem Shopping-Dustel machen mir das Leben echt wirklich schwer. So komme ich nicht an irgendwelche Informationen ran. Ich denke mal, sie ist richtig gestresst. Okay. Öh, naja. Ernsthaft. Das weißt du wahrscheinlich auch noch, ne? Ja, das andere weiß er ja aber auch. Ja, toll, also brauche ich noch mehr Informationen über die Olde. Ich raste aus. Alter, wen soll ich denn noch fragen? Ja. Achso, naja. Da habe ich doch jetzt alles bekommen, was ich will. Dann können wir jetzt ja auch zum Food-Code gehen. Äh, das ist mit einer Frau, das interessiert mich nicht. Boah, da können wir jetzt die TV entern. Die Glotze, ja. Oh, ich habe schon die Krise gekriegt, weil ich hab da... an die Schule verlassen willst, an der Ecke am Eingang lassen. Das ist ein Junge, der die CD nämlich nicht je sah, ist anders als auf dem Bildschirm, quasi. Dann der Hyper-Fan labert da irgendwas und ja, das andere ist einfach mal einfach mal... Das sind alles eigentlich allgemeine Funktionen, die man hätte mitkriegen können, aber er hätte uns bemüht. Wo ist denn jetzt... ...dass sie einen kleinen Selbstkonflikt hatte, was vollkommen in Ordnung ist, gerade auch in dem Leben Aller. Ja, Enter the TV, ähm, ja, Füchshin ist auch dabei. Let's go! Pet, 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 baby Fuchs. Schissene, teure Fuchs, Alter. Wenn ich mehr Emas mache und unser Zucknallgum mit ihm steigt, desto weniger muss ich bezahlen. Ja. Ich rede gleich mit dir, erst mal hier. Jipp, jipp! Verstreichel. Ja. Jipp! Uh! Gönnerisch, geil, ich spreche erst mal. Warte, nein, ich möchte noch mal einen neuen Save. Ich dachte, ein Leben und ho, voll im Kopf. Krass. Ja. 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 Nun verstehst du nicht aus Füllung. Keine Ahnung. So vom Sauna-Haus ab in den Nachtclub, Strip-Bar, was wird das sein? Bordell? Ein Theater? Was werden die haben? Ja, das sieht nach einer Piepsche aus. Strip-Bar. Woh, ist das ein... Nachtclub? Oh, wie die kind du immer find in Resort-Towns find. Oh, ich denke, du bist richtig. Oh, aber wir haben keinen, unser Inn ist nicht so. Huh, so das ist ein Strip-Join, huh? Ja. Strip? Ja. Haha, I know what that is. It's the thing, Zebras have, right? Auch, aber nicht in dem Kontext. Strip? Like a zebra, right? Right? Nee, eher wie dein Sipp, den ich aufmache und dann... naja. It's so bright here. Even with the glasses on, my eyes hurt. Mera! Ja, nein. Los gehts nicht mal. Es ist etwas Zebras, die Hände. Huh?! Kann jemand das nicht aufhören? Huh?! Zebra? Entschuldigung, was waren wir gerade? Na, wir reden nicht wieder? Los geht es weiter. Ja, wir werden noch nicht weiter. Ja, 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 wir gehen da rein, wir, beziehungsweise, ich klopfe ein bisschen. Ja, okay. Okay. Wie nehm ich denn mit, also ich nehm dich auf jeden Fall mit, ich würd Kanjiansjana mal mitnehmen, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ähm, wie ich auf Start ist, ich hab keine Ahnung. Level 25 ist okay. Elektrik da. Dann, äh, würd ich ganz ehrlich noch Yusuke mitnehmen und Chia hat eben leider mal Pause. Sorry. Let's go inside. Sehr danke, dass wir ja auch brauchen. Gucken wir uns mal die erste Etage an und ich denk, ich will zwischendurch halt einfach cutten, weil, naja. Oh. Ja. Das ist hier, ich will wissen, was für sexy Monster wir haben. Führt auch um, welche halbmasken Viecher. Ja. Er hat da allen Ernstes ne'n Sch-Klapp-Scht-Waffe. Oh shit, ich hab den ja auch gar nicht irgendwie ausgerastet. Wir probieren mal Feuerhabe vor. Ich glaube nicht, dass das wirklich gut bei Stadon ist. Ach shit, den muss ich auch noch umstellen. Oh shit. Oh, das war so eine Schläche. So. Nice. Cool. Ich überleg nur gerade. Wie zum Henker? Konnte ich das jetzt umstellen? Scheiße, wie war denn das? Oder konnte ich das nur im Kampf machen? Ich glaube, da kann ich nur den Kampf machen, oder? Das sind die Türen. Oh, das ist auch nur Tür. Hier, Herzen. Das ist verdammt für... Ja, kannst du... also ich möchte gerne Lesbians Frauen singen für Piraten. Ähm... Ähm... Tactics... Äh... Kanji... Bitte... Sehr gut. Dann würde ich die erstmal wieder so anknatschen. Oh, okay. Still. Magaro, wie sieht's mit Wind aus? Oh. Oh. Feuer. Was zum Ver- was geht denn bei dem? Willst du mich verarschen? Mal rufen. Ja, Gott sei Dank. Ich hatte schon so leichte Schweißperlen auf dem stehen und hab gedacht, hm? So, ich glaube, ich bin jetzt im dritten oder vierten Stock. Schauen wir mal, was hier hinter ist. Ich glaube, das war gerade der dritte. Können wir jetzt auf Presse oder machen wir gut? Schattenreset. Es ist Riese! Riese. Aber etwas ist nicht richtig. Es muss sein andere Selbst sein. Hallo, all die Fans da draußen! Danke, dass du heute hierher gekommen bist! Heute werden wir jeden letzten Inch von mir sehen. Was ist das? Du glaubst mir nicht? Okay, okay. Then why don't we... Oh, but you won't be able to see with all this smoke, huh? Okie dokie. Just follow me a little further in and I'll prove that I'm every bit as good as my word. Pieces Pieces? Was da los? Ach du Scheiße. Okay. Maru, Midsommers Night Special. What? W-Ware we like that? That's... Going kinda far. Hä? Oh sheesh, the roar of the crowd is insane this time. It's making me feel sick. Du brauchst jederzeit gerne kotzen. Wollt dich niemand zurückhalten. If people really are watching this, we gotta do something and fast! Alright, Riese Teers! Don't touch that dial! Riese Teers, man, alter! Da ist klar, mach nen YouTube-Kanal auf, dann hast du auch Bibinatoren hier. Da. Okay. Bullshit. We better move it. This is a thousand times worse than just hearing a few nasty secrets. The shadows are really getting aggravated. What we just saw is what that Riese girl is suppressing. She'll be in trouble at this rate. So, guess I'm on the rescue team now. Alright, let's hurry up and go. Oh! I see how I just got shielded. I've seen it, but not registered. I'm not registered. I'm not in the team. I can't believe, hey, krass, where Kanji is here, if I'm for Chiya decided, the dialogue would be different. No. I thought we'll get here a little camp. It's next to me. I think it's really good to be Kanji here, because I've had several Gegner-types here, where I could really get out with Blitzen. I smell two enemies, beat them up! Yeah, yeah, yeah. Warte mal. Verteidigen. Skill. Frösten Lisi ein. Aber bis jetzt haben wir gute Schnitte gezeigt. Das kann doch wirklich nur daran liegen, dass wir gerade erst im dritten Stock sind, oder sind die Gegner auch relativ schwach. Und wer weiß, wie viele Stockwerke das Scheißteil hat. Ja! Level up, bitches! Nice. Gehen wir da rein, oder gehen wir beim nächsten? Ich finde das auch so übel, dass wir da so richtige Tanzpodestes haben. Das ist schon ... Ähm, ich würde das jetzt nicht hier so für ein Kind mal eben bereit schon sagen. Nee, mach mal. Oh, shit! Verkackt. Das ... Ja ... Ich überlege gerade, das war nämlich nicht die Schwäche. Ah, sogar Maboku als Schwäche. Zumindest bei den Steinen, nicht bei der Steine, oder jedenfalls nicht bei der Steine. Still. Jetzt ist das natürlich praktisch, wenn man Chie nochmal dabei hätte, wenn man Maboku hat. Ja. Ja. 5 Enemies left! Nein! Es sind noch 4 left! Something ist nicht richtig mit Yosuke. Ach, der ist noch relativ frisch, man. Wir sind alle noch relativ frisch. Mist. Ja, versuch mal drauf zu schlagen. Ich finde das so geil, dass der Typ einen Klappstuhl hat, ne? Das macht mich einfach fertig. Wir werden mal Mabufu, wir werden die weg. Alles andere glaube ich nicht, dass es wirklich so gewinnen wird. Ciao. Ciao. Ciao Kakao. Ich hab keine Ahnung, wo wir lang laufen. Geil, gibt's hier wieder mehrere Wege, ne? Ja, hier meine ich, hier so strippi-stripp-stripp. Äh, ich sag mal Ciao. Ich hab A keinen Schlüssel und B keinen Nerv auf jeden. Geht mir nicht, wenn wir klatschen, kaputt zu klatschen. Schonfrist habt ihr? So, wie sieht's hier aus? Perfekt. Ich würd mal sagen, wir skippen dann einfach wieder vor und schalte ein, wenn wieder was spannendes passiert, in Anführungsstrichen, obwohl das Ding, das Teddy geblippert nämlich noch mit. Sorry. Guten Abend, ihr Freund und meine Suche. Danke für die Suche. Faithful be yours. Ich bin zufrieden von Dials, genug zu gehen für die Gym. Gut, ich denke, dass es nichts mehr geben kann. Ja. Ja. Das ist halt so die Schattenseite von oben, ne? Ja. Du bist ein bisschen benäbelt. Ja, dann wollen wir schauen, ob wir jetzt mal richtig einen auf den Sack gehen können. Irgendein Bekörten, ja. Blüte cool, sondern dunkel gemacht für uns. Ach du Scheiße. An der Schalange. An der falsche Schlange. Ja. Meinst du? Oha. Reagierst du auf Eis? Was? Na, okay. Trätschen, Scheiße. Ach bloß. Wie sehr es mir schwimmt. Flasht. Bremst du gut? Man weiß es nicht. Ja. Ja. Ich will mir tief attackieren. Begon aber super zu können. Oh shit. Ja, ich hätte gerne erstmal Medi-Kill. So, das Rebels. Mal so attackieren. Vielleicht bringt's was. Oh Gott. Nur ein Scherz. Das ist natürlich auch die Frage, wenn ich ihn gegengebe, ob ich hier irgendwo habe, ob das wirklich was kommt. Oh Gott. Da ist dann natürlich auch die Frage, Das wird irgendwie helfen. Spiel. Ich habe mir das Gefühl, sie sagt das nicht mehr. Und sie, bringen sie doch mal in den Kampf an. Klar, können sie sich auf jeden Fall zusammen aufklatschen. Sieht wahrscheinlich jetzt nicht so auf, hier zu stehen, oder? Ah, besser ist nichts. Machen wir mal kleine, weil ich glaube, das ist besser, als jetzt einfach nur so anzugreifen. Das ist mal besser als Draht, sagen wir mal so. Das ist wahrscheinlich 2S4, aber was du jetzt halt machen mag. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe nie bekannt, wenn sie einen scheiß Klappstuhl gelogen. Weißt du, Kombi. So vom Optischen her würde ich ihm ehrlich gesagt nichts anderes geben wollen, aber es war auch definitiv nicht so schön in der Waffe. So. Nein. Na toll. Naja, ich muss mal gerade... Hm, ich habe doch hier irgendwo... SP-Shift? Wird es da nicht so? Das ist jetzt schlecht. Oh. Schatz. Ja, komm her. Ich werde definitiv zwischendurch den Dungeon verlassen müssen, um da einen ganzen Halssack zu kriegen. Ich baue einmal. Brenn wieder. Brenn wieder. Das war nochmal cool. Keine Team-Attacke. Ach so, ja keine Team-Attacke, weil... Eke K.O. Echt mal. Echt mal. Cool, ich bin wieder am Stecher. Dann würde ich jetzt trotzdem noch mal ein richtiges Medikit raus haben. Warum kann die Scheiße nicht auch SP heilen? Wofür ist denn das Medikit? Was ist das für alles? Was ist das für? Viel SP hatte ich auch nicht gemacht. Okay. Perfekt geschafft. Yes. Gib mir Level Up. Ohne Witz. Okay. Geil. Sehr gut. Fire Break. Cool. Die Arama kam sehr sp... Nee, das klingt sehr, sehr gut. Alles klar, würde ich einfach an dieser Stelle auch den, ja... Part beenden. Wir sind zwar nächstes Mal wieder. Ich wünsche mich was und wait. Wir sind 48er und 11er tahun sauberAKI für ihren Preis. Wenn sie unsere Sprüche aufk Mann-Sch OL duck ist. Mal wieder. Das war es unterirdisch! Wir sehen uns beim nächsten Mal.